Musik Und was gibt es so nachts? Ja, eigentlich nur Atomausstieg und Energiewende. Und bei dir? Ja, das Gleiche. Vielleicht nichts mehr an den Journalisten. Das Thema verfolgt uns. Spannend ist das ja nicht. Also seit Monaten müssen wir uns das jetzt anhören. Ich weiß nicht, wie einen sowas interessieren kann. Atomstrom hin und her. Hauptsache wir haben unser Licht, oder? Ja, aber komm. Mir doch egal, wo der herkommt. Was ist denn das jetzt? Mann. Das gibt's doch gar nicht. Ich hab's dir schon immer gesagt. Wären wir beim Atomstrom geblieben, dann würden wir jetzt nicht im Dunkeln sitzen. Unglaublich ist das. Auch wenn die Atomlobby das immer wieder behauptet, die Gefahr eines deutschlandweiten Stromausfalls ist gering. Auch ohne die acht abgeschalteten AKWs produzieren wir mehr Strom, als wir verbrauchen. Der Mythos-Blackout, er ist unwahr.